Die Asklepius Kliniken GmbH zählt zu den führenden privaten Betreibern von Krankenhäusern in Deutschland. Sie blickt heute auf über 30 Jahre erfolgreiche Arbeit zurück. Seit mehr als 10 Jahren ist das Unternehmen mit mehreren Kliniken auch in Hamburg fest etabliert. Mehr als 13.000 Mitarbeiter gehören zum Hamburger Asklepius Team und es werden immer mehr. Sie alle sind Teil einer starken Gemeinschaft. Jeder Einzelne ist wichtig, jeder Einzelne wird gebraucht und trägt zum Gelingen des großen Ganzen bei. In Hamburg haben wir eine große Verantwortung übernommen. Wir versorgen hier rund die Hälfte aller Menschen, die eine Krankenhausbehandlung benötigen. Jedes zweite Kind erblickt in Hamburg das Licht der Welt bei Asklepius. Die Neunerdenbürger und deren Eltern begleiten wir in einer ihrer wichtigsten Lebensphasen. In den Geriatrien kümmern wir uns um Menschen im höheren Lebensalter. Die geriatrische Fachabteilung der Asklepius Klinik Wandsbeck ist eine der größten in Deutschland. Gemeinsam arbeiten wir bei Asklepius für die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit unserer Patienten. Wir gewährleisten hohe medizinische Qualität in sämtlichen Fachbereichen. Durch die Spezialisierung auf allen Versorgungsstufen und die Kooperation in der Gruppe entstehen vielfältige Synergieeffekte. Wir arbeiten interdisziplinär, also fach- und berufsgruppenübergreifend. Alle gemeinsam in einem Team. Patienten bewerten die vielgestaltigen Abläufe und Behandlungsansätze und tragen damit zur Sicherung der Qualität bei. Einen besonders hohen Stellenwert besitzt bei Asklepius der Themenkomplex Hygiene. Die regelmäßige Desinfektion der Hände ist ein Kernstück der Hygienemaßnahmen. Sie dient sowohl dem Schutz der Mitarbeiter als auch dem der Patienten. Patientensicherheit schließt jedoch noch weitaus mehr ein. Unsere einheitlichen Standards beinhalten das Patientenarmband, Checklisten vor und nach einer OP, sowie regelmäßige Audits und Fallanalysen. Innovationen sind der Schlüssel zum Fortschritt. Gemeinsam suchen wir deshalb fortwährend nach neuen Behandlungsmethoden. Den Fortschritt in der medizinischen Forschung unterstützen wir durch Anschubfinanzierungen für aussichtsreiche Projekte. Die Ideen unserer Mitarbeiter sind uns wichtig. Sie sind die Experten auf ihrem Gebiet. Um uns immer weiter zu verbessern, rufen wir jedes Jahr zum Asklepius Award und anderen Mitarbeiterpreisen auf. Zündende Ideen werden ausgezeichnet. Fortlaufend modernisieren wir auch unsere Räumlichkeiten. Dazu zählt etwa der 2014 eröffnete Neubau in Harburg. Mit der Wasseraufbereitungsanlage und den energieeffizienten Beleuchtungslösungen setzen wir hier Maßstäbe im Umweltschutz. Ein weiteres Beispiel ist die Generalsanierung in Wandsbeck. Jeder Standort hat eine eigene Kita. Flexible Öffnungszeiten und kompetente Kinderbetreuung geben Sicherheit und Rückhalt. Denn als einer der größten privaten Arbeitgeber Hamburgs stellen wir uns der damit verbundenen sozialen Verantwortung. Ein umfangreiches Paket von Maßnahmen hilft dabei, unseren Mitarbeitern den Rücken zu stärken. Wir bilden unseren eigenen Nachwuchs aus und bieten ihm auch Karrieremöglichkeiten außerhalb Hamburgs. Mit mehr als 1500 Ausbildungs- und Studienplätzen sind wir der größte Ausbildungsbetrieb für Gesundheitsberufe in Hamburg. Wir verfügen über eine moderne technische Ausstattung, die unsere Auszubildenden und Studierenden kostenlos nutzen können. Zu unseren fortschrittlichen Lehrmethoden gehören beispielsweise kleine Lerngruppen und eine persönliche Betreuung. Unsere Mitarbeiter lernen nie aus. Deshalb bieten wir regelmäßige Fortbildungen an. In Simulationen werden beispielsweise Szenarien durchgespielt, damit im Notfall jeder Handgriff sitzt. Ein besonderes Augenmerk gilt auch der Fortbildung unserer jetzigen und unserer zukünftigen Führungskräfte. Strategien für gelungene Kommunikation und Konfliktmanagement sind dabei ein wichtiger Baustein. Denn Glaubwürdigkeit, Respekt und Fairness sind entscheidende Faktoren für die Zufriedenheit aller im Team. Gesundheit steht im Zentrum unseres Handelns, auch die unserer Mitarbeiter. Zur Förderung ihrer Gesundheit haben wir das Asclepius-Aktivprogramm mit einer Vielzahl unterstützender Maßnahmen entwickelt. Ansprechpartner sind unsere Präventionsbeauftragten vor Ort. Ein regelmäßiger Lauftreff oder das kostenlose Training im Fit- und Relaxraum sind nur zwei von vielen möglichen Aktivitäten. Teil unserer sozialen Verantwortung sind beispielsweise die kostenlosen OPs für notleidende Kinder. Die wir in Kooperation mit der Organisation Friedensdorf durchführen. Mit Fördermitteln aus der Dr. Bröhmann Stiftung finanzieren wir unter anderem die gesundheitliche Aufklärung von Kindern und Jugendlichen. Fühlen sich unsere Patienten gut aufgehoben, ist das auch für alle Mitarbeiter ein gutes Gefühl. Gemeinsam stehen wir bei Asclepius für Gesundheit. Vertraue für 500plast. Untertitelung des ZDF, 2020